Gute Nacht, Freundchen. What the fuck? Digga, geht doch nicht. Ich kann hier nicht runter. Kann ich jetzt echt ein Fahrstuhl benutzen? Dieses Gebäude öffnet den Kriegsrechten. Begeben Sie sich sofort zum nächsten Auslauf. Kommt hier nirgends wohin? Ich weiß, hier unten ein Datenpaket. Aber mal ganz ehrlich. Die Kohle brauchen wir nicht wirklich. Ich weiß nicht. Was ist das? war nix alles in Ordnung ne ne nein ist in Ordnung geht schon so wieder hier hoch ich hab keine Ahnung ob ich jetzt hier gerade richtig gehe ich muss runter kann ich nicht an den hier runter klettern was für ein Bullshit jetzt so lange gucken bis ihr schwarz werdet ja und warum kann man hier hinkommen ja das ist doch unglaublich also ich komm ja auch nicht runter irgendwie oder so war er denn da noch was war er denn wenn er weg ist müssen wir die Suche ausweiten alter ich muss mich jetzt verarschen wie soll ich denn jetzt alter wo ich denn jetzt dahin ich will runter wenn er weg ist müssen wir die Suche ausweiten oh okay runter 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 was zum Fick ich sehe überhaupt nichts die Hardcore Tour halt jetzt ist mir auch langsam egal nautschen zeig dich zeig dich zeig dich okay einer ist dahinter machen wir das jetzt mal ein bisschen Kampf knockout Kampf knockout Kampf knockout der Mio sich sofort wieder gesehen hat ey ist ja unglaublich na wo bist du nein nein da hat ein Paket da hat ein Paket wo kommen die denn jetzt her wo kommen die denn jetzt her wo kommen die denn jetzt her ist nicht kaputt auch nicht kaputt gut irgendwer ist noch ganz dahinten aber naja dich jetzt Arschlecken muss ich hier lang allen anschein nach so haben die mich schon auf der peile ich glaube den dahinten muss ich einfangen hat auch so einigermaßen geklappt ok den können wir gar nicht kriegen drohne fährt einfach mal so an zwei leichen vorbei wir haben einen mann verloren verteilen alles durchsuchen da fickt euch jetzt mal ihr blöden Affen wir werden ihm folgen los Angriffsformation fick dich aus Alter. Okay, wir haben einen Drohnenfahrer. Zwei schwere. Einen dummen Typen hier. Hoppala. Ich werde dich aufhören, move up! Der ist schon strecker, Alter. Das ist so angsthaft. Okay, die beiden haben wir wieder ruhig gestellt. Die Drohne müsste gleich die Leichen sehen. Die Drohne müsste gleich hier durchfahren. Drohne nicht länger aktiv. Komm näher. Komm näher. Ja, und sofort sieht er mich, oder was? Die Drohne müsste ich nicht mehr durchfahren. Na los, zeig dich. Das war eigentlich mein Plan. F*** you! F*** you! F*** you! F*** you! F*** you!